Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder herzlich zurück zu unserer kleinen Server-Tour hier. In diesem wunderschönen, naja, wunderschönen April. Geht so, ne? Geht so, geht so. Ich habe auf jeden Fall den spannendsten Geburtstag gefeiert bis jetzt in meinem Leben. Er war sehr, ja ruhig, würde ich sagen. Erzähl ich euch gleich ein bisschen von. So, warte, jetzt gehen wir erstmal weiter. Wir waren jetzt im letzten Part hier in Shocknitown. Wir gehen jetzt nach Shockniton. Das ist nämlich, glaube ich, neu. RPTP Shocknitown. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ne, habe ich nicht, war klar. RP Shocknitown. Ich will, ne. Moment. RP Info. So. Was? RP. Ich will, ich, ich, äh, 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 ah, warte, ja, Moment, siehste. Ha, RP, ich habe es jetzt gleich, ich habe es jetzt gleich. RP, äh, Shock, Shockniton, Shocknitown, Info. Nee, klappt nicht, bin ich doof? Bin ich nicht, bin ich nicht im Claim? Das kann ja nicht sein. Lassen wir eben kurz gucken. Mal, weil sagt man doch einfach nur RP Info. Dann kriege ich die Info über den, dem Claim, in dem ich mich gerade finde, befinde. Wieso geil ist das nicht? Was los mit mir? RP. Border. Geht das denn? You need to be in a region to do this. Wir sind nicht in einer Region. Shocknitown hat keine Re... Ah. Okay, warte. RP, TP. Shocknit, siehste. Das wollte ich haben. RP, List. Shocknit. So, Shocknit, Shocknit. Shockniton. So, ich glaube, ich soll jetzt nach Shockniton. Shocknit Spawner, ich glaube schon. New Foxington. Sehr gut. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir sollen nach RP... TP... RP, TP... Shockniton. Ich glaube schon. Mal sehen. Es sieht neu aus. Und es sieht hübsch aus. Ja, ich glaube, das ist neu. Lagerhaus. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht an diesen Brunnen. Also, das hat jetzt hier... Also, ich sage jetzt, wie es ist. Diese Sicht hier gibt bei mir gerade die Vibes. Und zwar, als ich noch damals World of Warcraft gespielt habe. Wenn man das so nennen möchte. Also, ich habe es niemals so gespielt, wie andere Menschen es spielen. Sondern, so wie ich es halt nur eben kurz die Story durchgespielt habe. Und zwar, das letzte war das Battle for Azeroth. Das aktuelle Add-on da. Da gibt es irgendwann so ein Dörfchen, wo man hineiert. Wo so dicke Bienen davor sind. Und da ist auch so ein Dorfzentrum. Und daran musste ich jetzt gerade spontan denken. Weiß ich auch nicht. Es gab mir diese Vibes. Diese muckeligen Vibes, die mir dieses World of Warcraft Dorf gegeben hat. Tatsächlich. Tatsächlich. Sehr schön. So. Nu aber. Torverne. Bürgermeister Schockni. Die Häuser sind echt hübsch. Mit diesen Applikationen dran. Die sie einfach etwas lebendiger machen. Und innen drin ist immer noch genug Platz. Es geht echt klar. Es geht wirklich klar. Und sieht schön aus. Oh, guck mal. Es kommt sogar nach oben. Auch hier. Guckt euch das an. Das ist. Oh, hier. Das ist auch eine coole Idee. Das glimmt hier noch so ein bisschen nach. Das ist mal ein anderer Kamin. Aber sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. So in eine Richtung ist ja so überhaupt nicht mein Ding. Das läuft ja so gar nicht. Und hier voll gut. Auch mit. Unfassbar. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Auch hier mal glatte Steine. Mal welche mit Mauerdingern dran. Das sieht halt einfach cool aus. Sehr cool. Sieht echt gut aus. So. Schauen wir uns mal weiter um. Was hier noch so zu entdecken gibt. Tut mir also. Ihr müsst mir diese flackernden Dinger verzeihen. Aber wie gesagt. Optifine kriegt das aktuell nicht gebacken. Damit müssen wir also leben. Tut einfach so als würden sie nicht flackern. Hier ist der Schmied offensichtlich. Ach guck mal hier. Das ist ja geil. So ein Kran-Ding. Witzig. Woraus ist das gemacht? Ist das auch wieder Lagerfeuer? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich staune ja wirklich immer wieder. Was man so all in Minecraft zusammen schustern kann. Es beeindruckt mich immer, immer wieder. Das hier sieht echt muggelig aus. Es ist einfach nur muggelig. Hier entlagt auch ein paar Spinnenweben rangemacht. Hat jemand zwei Glocken über, die ich käuflich erwerben könnte? Ich müsste gucken. Ich müsste mal schauen. Aber ich glaube, ich glaube ja. Und ich gebe sie dir sogar so. Wir gucken gleich mal. Oh, heute Biene. Oh Gott, sogar Bienen hat er hier. Ist ja unfassbar. Na, damit hat er mich ja sowieso gewonnen. Dann bin ich ja dabei. Lagerhaus. Ach guck mal, das ist ein Werbeschild auch noch. Das ist ja geil. Also doch, ich bin mal wieder begeistert. Es ist klein und muckelig. Und bringt so ein richtig cooles Mittelalter-Feeling rüber. Und hat mich sofort in eine WoW-Stadt versetzt. Also insofern, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Alles richtig gemacht. World of Warcraft, ey. Zur Farm. Friedhof Schocken. Ich hatte tatsächlich kürzlich mal wieder das Bedürfnis, ESO einfach mal durchzudadeln. Weil ich so Bock auf diese Elder Scrolls Welt habe. Und ESO ist halt quasi das riesige Singleplayer-MMO inzwischen. Dadurch, dass man ja jetzt einfach angehoben wird und quasi überall hingehen kann und alle normalen Quests eigentlich in der Regel machbar sind und du dich nicht wirklich verskillen kannst und so, ist es das perfekte Endlos-Spiel, um Singleplayer-mäßig in der Elder Scrolls Welt herumzueiern. Und die haben das ja auch gut gemacht. Die Quests sind lustig und so. Also es ist ja nicht mal nur so Busy-Fetch-Gedönse. Es ist alles gut verpackt und vertont und so. Also es ist ja wirklich gut. Aber es ist halt wieder so riesig. Wann soll man das machen? Ich hab's ja mal Let's Played, eine lange Zeit lang, und dann auch den Morowind-Dings komplett durchfasst, glaube ich. Ich hab's dann irgendwann eingestellt, weil ich sagte, ich mach keine MMOs mehr als Let's Play, weil die enden nicht. Es endet einfach nicht. Und naja, aber letztens hatte ich tatsächlich mal kurz wieder Lust, aber ich hab's gleich gesein. Ich hab mir gleich gesagt, Fuchs, brauchst du gleich machen, weil du keine Zeit dazu hast. Du hast keine Zeit dazu. Ich hätt da Bock drauf, ich würd das auch gern machen. Einmal durch... Genauso wie ich Guild Wars 2 nie durchgespielt hab. Nie. Nie. Da hab ich einen meiner besten Kumpels damals verloren. Wie hieß er denn? Der dann hier nicht mehr aufgetaucht ist. Der hat mir extra noch das Addon geschenkt. Fand ich super lieb. Hab ich auch mit angefangen. War auch toll. Aber wie es immer bei MMOs ist, es kickt irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist es für mich mehr Arbeit irgendwie. Das weiß ich auch nicht, wieso. Es wird zu kompliziert. Dann patchen die das wieder, dann gibt's wieder so viel Neues, dann ist das wieder quasi ein neues Spielverein. Und oh, nö. Hier ist echt so eine dicke Mühle. Sieht auch echt gut aus. Gehen wir mal eben rein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Spielt ihr MMOs? Und wenn ja, spielt ihr dann auch noch andere Sachen neben den MMOs? Und wie, wie, ne? Mir fehlt ja echt die Zeit. Die Lust hätte ich schon. Aber meistens, äh, ist mir das zu busy, zu grindy, zu rumgenervy. So, ich glaub, wir sind soweit durch. Oh, da hinten diese Kirche haben wir auch noch nicht gesehen. Nee. Also hier ist diese coole Mühle, die sehr, sehr cool aussieht. Oh, noch mehr Bienenkästen. Unfassbar, wie viele Bienen hier sind. Oh, Schockney hat sich immer alle Mühe gegeben, ne? Hier ist doch Rambazamma mit den Bienen. Das heißt aber, wir sind hier auch richtig, weil da scheint das das Neue zu sein. Ach, wie groß das ist. Ich hab das gerade als irgendwie klein und muckelig gesehen, weil ich da hinten war. Aber guck mal, das ist ja, das nimmt ja noch richtig Fahrt auf. Das ist ja richtig, richtig groß. Aber er hat das so ein bisschen drauf, muss man sagen, ne? Also das kriegt er hin, hier so. Richtig coole Mittel, alle Häuser zu bauen. Also, Props gehen raus an dich, Schockney. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig vernünftig aus. Willkommen in Schockninken. Hier wäre der richtige Eingang gewesen. Da kann man auch noch mit einem guten Blick nochmal auf die Mühle. Das scheint in der Kirche zu sein. Ja. Hier ist ne Klingel. Falko, du brauchst doch noch einen, oder was? Würde sie gern klingeln lassen, aber es geht irgendwie nicht. Sogar mit Kirchenbüchern. Haha, geil. Da ist das Weihwasser. Sehr cool. Kleiner Brunnen. Hier wird ein bisschen Stroh gelagert. Könnte auch so ein kleines Dorf aus Kingdom Come Deliverance sein. Ohne Spaß. Hier nochmal ein dickes Haus. Ich hab das grad als voll klein eingestuft, wenn ihr diese paar Häuser um diesen Brunnen herum aber hier guckt euch das mal an. Hier ist noch ein dicker Markt. Mit Dönerspieß. Ich fass es nicht. Er hat einen Dönerspieß gebaut. Alles klar. Schockney. Unfassbar geil. Wie kann das denn angehen? Also das ist ja das ist ja mal geil. Also jetzt hätt ich auch gern einen. Und da ist ein bisschen Blut. Redstone als Blut und auch unter dem Dönerspieß. Der ist noch blutig frisch. Also also das ist ja mein Highlight jetzt. Also warte, ich muss einen Screenshot machen. Also das das ist jetzt zu geil. Moment, warte. Screenshots macht man mit gedrungen. F12 F3 F2 Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube F2 war ein Screenshot. Ja, geil. Das geht straight on to Twitter, ey. Aber hallo. Hier gibt es Honig. Hier sind Black Beauty. Oh, geil. Black Beauty ist auch da. Hier gibt es wohl Bücher. Das ist die Bücherei. Moin. Oh, du hast ein reichhaltiges Angebot, würde ich sagen. Ja. Also sehr cool. Das hier hat so eine Art das ist so eine Art Peter Lustig Treppe. Aber sieht auch gut aus mit dem Klappen so, ne. Da kann man pennen. Und hier ist wieder der Dorfplatz. Ja, sehr cool. Zur Schmiede bitte Tor geschlossen halten. Tja, echt cool. Also Schock nie. Props gehen raus. Ach, das hier, ne. Dieses Häuschen. Wo dann hier das sieht ja aus. Und dann überall so ein bisschen Gemüse dran, ne. Damit das so ein bisschen eh vollbewachsen aussieht. Ich bin... Ach, hier die Taverne, ne. Siehst du. Beinahe dich die übersehen, oder was? Das geht natürlich nicht. Nach so einem Spaziergang durch so ein echt cooles Mittelalter Dorf, da dürstet einer ist ja schon so nach einem kleinen Mädel oder ein Bierchen, ne. Sieht auch gemütlich aus, ne. Hier kann man sich doch auf jeden Fall vorstellen, eine Runde Gwent zu spielen, während man sich die Biere reinorgelt, oder? Ich brauche einen Schwamm. Übelst die Biere. So, was haben wir noch? Zur Farm. Okay, jetzt geht es hier wieder zur Farm. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Ich will es nicht beschreien, weil ich ja am Anfang doch... Hier gibt es Blumen. Das ist der Blumenladen. Überall dann auch innen drin die passende Dekoration. Also echt cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, Schocki, kann ich nichts anderes sagen, außer richtig gelungen, ne. Sieht richtig geil aus. Also wirklich. Und wie groß. Wie groß. Und auch alles so in den Berg rein. Also nichts ist irgendwie glatt oder so. Sehr cool. Props gehen raus. Das war geil. Also, wer mal einen kleinen Spaziergang durch eine richtig schöne mittelalterliche Stadt machen möchte, schaut euch mal Schocklinken an. Das lohnt sich. So, Falke. Ich gehe auch mal gucken. Ich gehe mal kurz gucken. musste mir hier erst mal eine schöne mittelalter Stadt anschauen. So, RPTP Fuchsturm. Mal einen kleinen Abstecher nach Hause. Mein Haus sieht ja nach so einer Besichtigung sofort wieder unfassbar flach und langweilig aus. Muss man einfach sagen, da kommt nichts vorne raus. Aber das ist halt das Stil von dem Haus. Das soll tatsächlich so aussehen. Da würde ich, man könnte ja natürlich ein paar Applikationen noch außen anbringen und ein bisschen Efeu oder so. Aber das soll hier tatsächlich gar nicht so sein. Das lassen wir mal so wie das ist und nun gucke ich mal. Gucken wir mal, ob wir für den Falken noch eine Glocke haben. Oh, ich habe sogar drei Glocken. Na dann gibt es aber nur eine, ne? Brauchtest du jetzt noch eine Glocke oder hat Oma zwei? Haben wir tatsächlich drei Glocken, ne? Aber ihr erinnert euch noch, ich bin immer durch die Dörfer gegangen, die geradet und mir einfach alles mitgenommen, weil es mir egal war. Zum Leibwesen von Kuren, die meinte, wie gemein kann man denn sein, einfach durch irgendwelche Orte zu laufen und denen alle Lampen zu klauen und Co. Und so, hallo? Wieso denn nicht, ne? Ja, dann komme ich mal rum. Dann komme ich mal rum. Wollt mich, wollt mich ja eh mal wie der bei dir umschauen. Mach ich zum Start der nächsten Folge. Solange noch a wen Gartenarbeit. Hab das gehört, ne? Also wir starten jetzt nicht mehr die nächste Tour, sondern wir gehen jetzt eben kurz tatsächlich nochmal in unseren Gorten. Guck mal, was unsere Bienen machen. Wir haben noch drei Minuten dreißig, ne? Da kannst du eben noch kurz noch die Bienen gucken, ne? Und jedenfalls ein bisschen Holz rausholen. Holz rausholen. Alter, wisst ihr Bescheid, ne? Fuchsi, lass mich mal durch hier. Bleib schön drin. Gottes Willen, bloß nicht der Polarfuchs hier auch noch. So. Doch, gehen wir doch mal gucken, wie es unseren Bienen so ergeht. Wir müssen die auf jeden Fall auch wieder paaren. Mal kurz gucken, ob ich das Zeug dabei hab. Wunderbar. Da haben wir das schon mal. Und hab ich noch Blumen und Blumen hab ich auch. Hand das erstmal weg. Ich gelernt habe, kann man das wunderbar damit abbauen. Voll toll. Na, ihr Dicken. Guck mal, da wurde der nächste Kasten. So, eine Biene haben wir schon mal. Wo ist die denn? Ich brauch noch eine zweite. Ich möchte Bienenliebe machen. Komm schon, wir brauchen noch eine zweite Biene. Erstaunlich, dass hier jetzt nichts entstanden ist, ne? Ob der Bienenkorb noch nicht voll ist. Bist du etwa ganz alleine? Hast du keine Bienenkumpels mehr? Süß. Tja, ich lass dich mal eben noch mal weiterfliegen, ne? Holen wir mal eben das Feuerzeug raus. Ich mach einfach jetzt mal ein bisschen Feuer. so viel dazu. Sie ist da reingeflogen. Ich dachte ja, so eine Biene sagt sich, da ist Rauch drinnen, das ist Kacke, das lassen wir mal lieber. Aber nö. Ich finde das mega gut. Das beruhigt, weißt du? Tatsächlich beruhigt das, die Viecher, ja? Ist ja im Original, sag ich schon. Im Original-Leben, also im echten Leben macht man es ja auch so, dass die dann immer so eine Pfeife im Mund haben, wo sie dann Holzschnitzel verbrennen, um viel Rauch zu erzeugen. Ich versuche dauernd mit Schiff zu rennen. Kingdom Come lässt grüßen. Ach, Heinrich. Ach, das ist ein grandioses Game. Also ein grandioses Game. Tja, irgendwie kommt keine... Da ist sie doch endlich. Was ist die Kleine? Ich brauch nur eine große Biene. Komm schon. Eine große noch. Kleine kriegt auf jeden Fall auch eine, damit sie mich lieb hat. Aber wo ist die große? Kommt da noch was, oder will der dort nichts mehr? Komm schon. Eine große Biene noch. Bist du weggeflogen? Kann das echt sein? Könnte natürlich sein, weil ich hatte am Anfang ja noch kein Glasdach drauf. Kann wirklich sein, dass eine Biene abgehauen ist. Ach so süß, wie sie hinter mir herfliegen. Sie sind schon knuffig. Also die Bienen sind echt eine coole Bereicherung, muss man auch wirklich sagen. Das nächste Update bringt ja so ein dickes Nether-Update. Da bin ich auch mal gespannt. Wird natürlich wieder ein bisschen dauern, weil wir werden versuchen, auf Optifine zu warten. Ach, wahrscheinlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer am Anfang trotzdem ein bisschen zu warten, wegen Bugs und so. Oh, naja gut, dann wird das erstmal nichts mehr mit Bienen paaren. Dann lasse ich euch beiden mal hier noch alleine. Ja, wir hören dich, oh. Wir hören dich, oh. Dann machen wir jetzt an der Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten werden wir im nächsten Part dann mal kurz beim Falken vorbeistauen. Der hat sich einiges getan. Wenn der Bock hat, kann er uns ja direkt rumführen, ne? Und bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Euer Blaufuchs.